2024 Kalenderwoche 27 Lebe dein Leben wie einen entspannten Spaziergang am Meer. Leichtfüßig, glücklich und mit dem Blick nach vorn gerichtet. Heitron Hammerschmidt Kümmere dich nicht um das, was andere über dich denken. Jeder denkt immer so schlecht, wie er selbst ist. Wortgefühl Auf rasender Fahrt nach dem Glück bleibt es zurück. Ilka Plassmeier Abenteuer beginnen da, wo Pläne enden. Unbekannt Der Weg zum inneren Frieden beginnt mit drei Worten, nicht mein Problem. Jammere nicht lebe. Nichts wird dich glücklicher machen als die Distanz zu allem, was dir schadet. Der letzte Idealist Das Abenteuer deines Lebens wartet außerhalb der Komfortzone. Herz und Seele Das Abenteuer der Weg ist. Äh, jetzt geht es über die Verbindung. Aber dann geht es mit der Vergangenheit. Untertitelung des ZDF, 2020